Liebe Kundinnen und Kunden, sehr verehrte Geschäftspartner, seit Mitte März hält uns die Corona-Pandemie in Atem und stellt uns alle vor große Herausforderungen. Gleichzeitig sind wir beeindruckt von der Kreativität vieler Unternehmer und unserer Kunden. Mit dieser positiven Energie können wir die Krise gemeinsam meistern. Wir als ImmoScout24 möchten mit unserem Sofortprogramm unseren Teil dazu beitragen, dass Sie bestmöglich durch die aktuelle Situation kommen. Zu Anfang Mai hat die Politik weitere Lockerungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen angekündigt. Auch wir sehen für unseren Marktplatz und für den Immobilienmarkt deutliche Zeichen der Entspannung. Die wesentlichen Kennzahlen haben sich auf den Stand vor Bekanntgabe der Kontakteinschränkungen erholt. Dennoch sind wir uns bewusst, wir haben die Krise noch nicht komplett bewältigt. Deshalb starten wir die zweite Stufe unseres Sofortprogramms, um gemeinsam wieder Fahrt aufzunehmen. Liquidität Plus. Bereits über 1200 gewerbliche Kunden haben unseren Zahlungsaufschub in Anspruch genommen. Dieser große Zuspruch zeigt uns, dass dies als hilfreiche Option in der aktuellen Zeit von Ihnen wahrgenommen wird. Wir verlängern daher den Zahlungsaufschub für Kunden mit aktiver Mitgliedschaft in angepasster Form, auch für die Mai-Rechnung. Bitte setzen Sie sich dazu mit Ihrem Kundenberater in Verbindung. Listings Plus, das gestiegene Angebot auf unserem Marktplatz, auch dank vieler neuer privater Immobilieninserate, hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Nachfrage von Suchenden wieder auf dem Niveau vor Corona liegt. Wir verlängern daher das laufende Programm für private Eigentümer von Wohnimmobilien in angepasster Form. Wichtig für unsere Maklerkunden, diesen neu gewonnenen privaten Anbietern bieten wir die Vermarktung mit einem passenden Makler vor Ort an. So bietet sich für Sie die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen. Leads Plus. Im Rahmen unseres Neustartprogramms erhalten unsere gewerblichen Kunden mit einer Mitgliedschaft unter Einhaltung der Kampagnenbedingungen kostenfreie Eigentümeranfragen. Bislang haben rund 1000 gewerbliche Kunden mit einer Mitgliedschaft ihr Interesse an unserem Neustartprogramm gezeigt. Wir werden daher alle Interessierten zeitnah kontaktieren, die konkreten nächsten Schritte sowie die Bedingungen erläutern. Falls Sie sich dazu noch nicht bei uns gemeldet haben, können Sie dies gerne tun. Den Schwerpunkt der Kampagne werden Häuser und Wohnungen zum Verkauf bilden. Geplant ist, dass die Eigentümerkontakte je nach Verfügbarkeit im Monat Mai zugeteilt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei der Vielzahl der Anfragen einige Tage dauern kann, bis wir uns bei Ihnen melden. Neben den drei genannten Bestandteilen ergänzen wir unser Sofortprogramm um ein weiteres Angebot, Leistung Plus. Damit Sie von der Erholung der Nachfrage voll profitieren können, bieten wir Ihnen unsere Profi-Edition der Mitgliedschaft sowie unsere Zusatzprodukte zu sehr attraktiven Konditionen an. Ihr Kundenberater berät Sie gerne, um Ihr derzeitiges Leistungspaket zu verbessern. Liebe Kunden, für alle Bestandteile unseres Sofortprogramms gilt, wenn Sie die zweite Stufe in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater oder unseren Kundendienst. Gemeinsam werden wir eine passende Lösung mit Ihnen finden. Wir nehmen das Motto gemeinsam durch die Krise ernst und stehen an Ihrer Seite. Ganz herzliche Grüße aus Berlin und bis bald.